Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2 Dritte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, da seht ihr gerade ein paar Ballons, die davon fliehen. Ich bin nämlich hier gerade beim Pass und da habe ich gerade auch den Heldentrank freigeschaltet. Das ist sehr schön. Ja, ich habe vor, wesentlich mehr Punkte zu holen diesmal. Ich bin auch schon ziemlich weit, würde ich mal denken. Also ich habe schon ziemlich viel geschafft. Es sind Clankriegslingen, da werden wir auch gleich nochmal angreifen. Leider sind die Gegner Rathaus Level 8, aber wir werden trotzdem was hinkriegen. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Ja, ich habe ziemlich viel Dunkles. Ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht können wir den Barbarenkönig schon bald verbessern. Ähm... Ja, ansonsten ist nicht viel los. Ich würde einfach sagen, wir fangen hier mit an. 1000% Zerstörung. Einfach ein paar... Ein paar Prozente holen. Müssen ja nicht gleich ganz viele sein. Aber gewinnen würde ich auch gerne. Damit ich mal wieder was verbessern kann. Ähm... Ja, ich glaube, ich lasse die Boogies... Ich lasse die Boogies einfach mal drinnen. Und ich würde sagen, wir greifen mal hier an. So... Erstmal direkt auf den Boogie drauf. Dann... kommen wir hier uns ein bisschen. Ja, die gehen ja jetzt natürlich nicht mehr auf den Zerschmetterer. Egal, wir holen trotzdem einen Stern. Sehr schön. Und äh... Ja, da sind sie in die Falle gelaufen. Äh... Ja, ist eigentlich ganz gut. Wir haben zumindest einen Stern bekommen. 55% Ah, haben trotzdem verloren. Mal wieder. Aber hey, wir haben einige Prozente geholt. Machen hier noch den kleinen Baum weg. Und ich würde sagen, dann greifen wir jetzt mal jemanden an. Ich glaube nicht, dass ich den Rathaus Level 9 hinkriege. Ich gucke nur mal rein. Nö, kannst du vergessen. Oh. Der ist extrem unterlevelt. Hat zwar Level 6er Luftabwehr, was ziemlich schwer werden kann. Weil ich nicht mal eine Luftabwehr kaputt kriege. Ähm... Ja, gut. Der ist sogar noch ein bisschen besser. Der hat die Bogenschützentürme hochgelevelt. Und so weiter. Na, wobei, der auch. Es liegt einfach, glaube ich, an den Mauern. Obwohl ich mit Luft angreife. Schaue ich immer auf die Mauern. Äh, hat wahrscheinlich einen Drachen drin und einen Ballon. Äh, versuchen wir es. Wir versuchen es einfach. Ich habe mir selbst einen Drachen gespendet. Also kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ja. Das hat nicht geklappt, wie schon gesagt. Ich habe mich auch nicht anders erwartet. Jetzt bin ich rein. Beim Planeten außen rum. Äh, wo machen wir den Wuster rein? love, hier. Ja, das war ganz gut. Ja, das ist das. Wir haben noch ein paar andere. Wollen wir einen Stern? Wo ist denn nein? Wenn wir den mit Kapitän, das muss ich sehen. Oh, ich lebe halt nicht. Der Graf ist aber schon wieder höher. Wir haben 340.000 Siegbonus. Und einiges an Dunklem. Es ist besser, als einen unaktiven Spieler da rein zu machen. Deshalb würde ich sagen, es ist trotzdem ein Vorteil. Zumindest für mich. Ich habe überhaupt keinen Loot. Greif mir einfach an. Und sammle noch weitere Prozente. Ich würde gerne direkt von hier reingehen. Allerdings würde ich auch gerne von da reingehen, um dann den Zerschmetterer noch mitzunehmen. Auf jeden Fall sollte ich erstmal den Wachboden loswerden. Und das ist gerne. Und das ist gerne. Und das ist gerne. So. 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 Okay. Haha. Der Angriff war komplett Müll. So. 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 Jetzt kommt hier die ganze Ballonfront und hier der Wutzauber. Einfach damit sie auch ein bisschen schneller vorwärts kommen, ein bisschen mehr Schaden machen. Oh, das war es schon, die ganze Verteidigung ist aufgeschaltet. Wir haben auch schon einen Stern, das hört man noch gerne. Zwei Sterne haben wir jetzt, das Rathaus ist auch down. Die holen sich jetzt hier noch schön das ganze Elixier raus und hier holen sie das ganze Gold raus. Am Rand gibt es nichts mehr. Schön, dann wird das hier wohl das Labor sein, oder? Achso, da war noch ein kleines Armeelager. So, dann fänden wir hier nochmal Truppen aus. Ich glaub, da muss ich gleich einen Cut machen, um dann die Truppen ausbilden zu lassen. Dann fänden wir wieder Truppen anfragen und die ist ex, die er mal am 10. Top. Jetzt innerhalb von drei Minuten her. Angriff und dann kommt der Cut. Go. Okay. rein sehr schön sterne und direkt gewonnen ja ich würde sagen wir machen nur noch einen angriff ja dann sehen wir uns so los geht's mit dem nächsten kampf die truppen sind fertig und da haben wir gerade viel zu stark viel zu stark haben wir im kleinen krieg gesehen wenig loot ok sieht schon ein bisschen interessant aus ein bisschen sehr inaktiv kein klären das heißt der wird fertig gemacht jack der bahnkönig ballons ein bisschen warten und und wie keine luftassen wäre jetzt mehr übrig unser erster stern ist da oh der zweite direkt auch das ist da das ist Ich weiß nicht. für loot eingesackt sterne bonus auch da damit können wir jetzt einiges anstellen nur was machen wir machen wir damit erst mal noch mal die bomben die sind nämlich vorhin schon fertig geworden einfach verbessern wir und jetzt sind wir wieder einiges los an und dann würde ich auch sagen ist die folge vorbei ja ja Aber trotzdem gewonnen. Was will man mehr? Bogenschützenturm könnten wir verbessern. Oder eine Kanone. Können wir hier was verbessern? Nein, noch nicht. Machen wir den Bogenschützenturm. Fertig. Das war gerade die Klingel. Das war's mit der Folge, Leute. Wir haben hier in den Klankriegsfliegen angegriffen. Wir haben hier was geholt. Und das war's mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Tschüss.